hallo und herzlich willkommen zur 13 folge von raft im multiplayer zusammen mit hannah hallo und pascal meiner wenigkeit hildegard wer noch mit vielen tieren das kann man eindeutig zu sagen genau wir haben beim vorspielen sind wir zur nächsten insel gefahren und wir waren haben noch mal bei einer insel angehalten und haben dort den trading rang 2 oder wie auch man das bezeichnen den handelsrang freigeschaltet tier 2 oder so und damit diese fortgeschrittenen angeköder hier geholt beziehungsweise erst haben wir die diese seltenen fische die man manchmal bekommt man mit den angeködern angelt die haben wir verkauft das kriegst du die immer die haben wir verkauft okay die hat genau mit den angekündert die haben wir verkauft dafür haben wir handelsmünzen bekommen dafür für diese handelsmünzen habe ich das zurückgekommen hör auf kisten zu bauen pascal ich will keine kiste nicht mit dem schild bauen dafür brauche ich aber auch schrott es ist genau so sinnlos gerade dafür habe ich diese hupe hier und diese tröte ist sinnvoll gekauft die haben keine schrott gekostet sie haben nur je nachdem was wir gerade in den verwerter recycler reingeschmissen haben also plastik oder was war das andere ein blätter ein blätter daraus kommt das ach so ja wir sollten erst mal schlafen gehen bevor wir uns das kleine gebäude hier das ist auch neu gebaut das stimmt nein ist es nicht komplett neu gebaut aber es ist erweitert genau so bedecken wir mehr breite ab und da wir sowieso immer vorwärts fahren ist es sinnvoller so haben wir zwar ein haufen zeug durch unser bloß fließen manchmal aber ist auch egal es wird alles aufgefangen hinten so ja ja aber man sieht es so durch leuten schlafen gehen ich bin schon im bett ich bin vorwärts nicht ja ich mache die türen zu und sich so zieht die leute müssen die türen offen lassen ja und ist ja was kalt der eine winkelkatze vor der tür hatte ich habe schon eine danke ganz selber in behaben ich habe damals in der ersten und zweiten folge bereits einige angelt wie man im zimmer steht und ich weiß brauche keine zweite winkelkatze kann auch zwei zwei katzen die sich anwinken machen kann man mit dem motor anschmeißen die motoren ja ich weiß noch nicht so recht wo sie hoch geht und das ganze biokraftstoff zeug hat es den leuten auch schon gezeigt weiß ich eigentlich nicht nicht mehr denn es hat mir auch vor produziert die biene hatten wir gemacht und hier haben wir jetzt den komposter genau aus dem bekommen war dann biokraftstoff raus da müssen wir rohes zeug reinschmeißen also rüben kartoffeln und noch ein anderes zeug geht da rein und honig und dann kriegen wir hier unseren biokraftstoff ach so und durch die erweiterung kommen mittlerweile drei motoren weil sich jemand bei diesem biokraftstoff kann man dann die motoren mit dem füttern wichtig ist aber der biokraftstoff macht die motor von ganz leer nach ganz voll deswegen dürfen wir da immer erst rein füllen wer das voll ist und hiermit auch zwei bienenstöcke stehen los sie hat eben die ganzen blumen haben die wir zum einen für farbe verwenden können zum anderen brauchen die biene aber auch die blumen in ihrem radios damit zu hohe nicht produzieren können ok motoren aus wieso weil wir da sind um der dritte mutter nicht angepinselt worden das stimmt caravans nee wie heißen die container und und war nie wohnwagen wir sind ja auf dem deutschen kanal ist was anderes als ein wohnwagen 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 und wohnen ich auch und ich brauche mir was zu trinken er macht dann dauernd diese türen zu das ist so nervig immer wieder aufzumachen er lässt nicht offen wer hat denn vorhin gesagt es ist das ist das ist zu gewinnen werden noch ein bisschen und drin das ist ein guter bogen schuhe helm ich besitze der schützer es sollten wir wieder werben ja ok war der vogel der zieht ja kaum noch was ab, wenn man die komplette Rüstung anhat. Ja, aber die Rüstung geht wahrscheinlich runter. Ja, das sowieso. True. Mein Schutzpanzer ist noch fast wieder kaputt. Wir müssen wieder den Bären jagen gehen. Ja. Und wir sollten wieder angeln gehen, weil, aua. Alter, schau mal, dieses scheiß Vieh. Trifft's immer den, der gerade da draußen steht, ne? Ja, klar. Der da ganz kurz mal draußen im Moment stehen bleibt, vorgemerkt. Pascal, soll ich dir einen Helm machen? Ja, wenn du gerade die Ressourcen dafür da hast. Ja. Was war's? Ja. Google, ach da. Genau, und wir haben festgestellt, dass man Kisten an die Wand hängen kann. Okay, das sieht nicht ganz so schön aus, aber. Äh, ja. Deswegen machen wir dann jetzt hier sechs Kisten hin mit den ganzen, äh, Grundmaterialien und dann die restlichen Kisten, die einfach nur so starr stehen. Da kommt der Rest dann rein. Genau, und hier im Tropäenraum, da hängt auch so eine Plastikkiste, äh, an der Wand, wo jetzt mit den ganzen Köpfe eingelagert sind. Damit die nicht mehr hier draußen rumstehen mit. Mhm. Äh, wir haben jetzt hier vorne eine Samenkiste. Wir müssen unsere Lage alle mal ein bisschen umräumen, weil hier irgendwie ist gerade alles... Stein im Anflug. Äh, was brauche ich denn nicht? Der ging oben aufs Haus drauf. Keinen Biokraftstoff. Auf der Insel. Dann brauche ich... Biokraftstoff. Eben brauche ich auch keine sechs Palmblätter hier. Wow, wir haben kaum noch Palmblätter. Schmeiß keine Palmblätter in den Recycler, ne? Hier brauchen wir gerade. Ach so, und ich habe nebenbei noch ein paar Batterien hergestellt. Das waren fünf Stück, die ich hergestellt habe, mittlerweile sind da noch zwei da. Das finde ich traurig. Wo kommt ein Riesenmuschel rein? In die Stuffkiste. Finde ich gut. Haben wir die schon mal für irgendwas verwendet, die Riesenmuscheln? Doch, für das Vogelnest an meinem Fenster. Okay. Cool. Ich sollte vielleicht aufpassen. So, den Honig, den brauche ich auch nicht. Den tue ich auch mit einer Stuffkiste. Ein Eimer. Ein leerer Eimer bringt nichts, aber wenn ich den gleich mit Milch fülle, dann bricht der mir raus. Und nur eine Stuffkiste, da ist ja alles drin. Das ist ja unglaublich. Ja, dafür ist die doch da. Sogar irgendwelche Sofas, Regale und Tüche, die man falsch gecraftet hat. Als er sein Zimmer eingerichtet hat. Ja. Ich glaube, davon haben wir beide gebrückt gehabt. Ich weiß nicht, wie viel Tobi davon gehabt. Relativ gar nichts. Ich habe alles irgendwie verbaut dann. Ja, gut. Wollte ich nicht. Ja, ich auch nicht. Oh. Ja. Ich mache kaum einen Schaden. Wollen wir? Baut sich vielleicht noch jemand einen Bogen, wenn er will. Ich glaube, die Zuschauer kennen mein Zimmer auch noch gar nicht, oder? Doch. Nein, ich kann es auch nicht. Kann schon sein, dass die das können. Ansonsten sehen sie es jetzt hier und das sieht ziemlich cool aus mittlerweile. Ja. Mittlerweile hatte ich die Zeit, mal das Ding einzurichten. Was anzumalen, ja. Seize the day. Aua. Was ist das für ein Schild? Das kenne ich gar nicht. Du kannst bei den Schilden, hast du eine Auswahl. Es gibt vier Schilder insgesamt. Oh, lol. Ach, es gibt nur das eine. Nee. Okay, als ich das erste gebaut habe, gab mir das eine. Ah, okay. Mittlerweile sind es mehr. Äh, wo sind die Samen jetzt hingewandert? Äh, in die Kiste. Vorne dran, vorne dran, vorne dran. Ja. Wie vorne dran? Ganz vorne dran. Unser Fluss hat einen vorn und hinten. Vorne an den Palmen-Dingern. Da sind die ganzen Samen. So, wollen wir? Gut, dann los geht's. Wie ist das Cuff eigentlich, auf dem wir jetzt gerade sind? Oder? Hä? Caravan Town. Das ist ein Hinweis. Ah, Caravan Town. Ah, da geht's hoch. Dato put together a diving suit using a bike and an old diving helmet. Dato put weights in it to go down, but he put in too much. Now if I leave, then no one will pump air to Dato using the bike. If I'm thrown in jail, this is proof, I'm irasen. Dato scientific journal. Underwater fish. Hier unten muss was sein. Ja, hier geht ein Schlauch runter. Hier sind Sauerstoffblasen, die können wir uns Luft holen. Das ist nur ein Subnautiker, so. Hier brauchen wir Ausrüstung. Da hast du einen Kufferfisch. Hier brauchen Ausrüstung. Da hast du einen Kufferfisch. Ja, ich seh's. Erstmal würde ich sagen, geh wir hoch. Weil man kann ja auch nicht das Bike benutzen oder so. Okay. Oh, da geht's auf mich. Okay, und da unten ist ein Dato gestorben. Entscheidend. Wartet auf mich. Ist da die Treppe hoch hier? Ja. Ja. Ah. Leute, man kann die ganzen Schrecke hier alle aufmachen. Das ist... Beziehungsweise Tiles. Ja. Ey, wo seid ihr? Bin ich blind? Ja, links neben dir. 90 Grad. 180. Ach ja, lol. Ich find diese Karawanen schon cool. Na ja, gut. Was willst du machen? Unten. Du, du kennst mich eindeutig nicht gut genug. Weißt du, wie oft ich schon über Vanlife einfach nur geredet hab? Außerdem, man kann auch die Schränke oben. Aufmachen. Seilbahn. Seilbahn. So, diese Ratten haben wir auch schon gefunden. Aufmachen. Oh. Könnte ein böse Wicht sein. Ein bad guy. Olaf soll ein böser Typ sein. Das ist keine Leiter. Nee. Ach Gott, hier unten ist ja auch noch Zeug überall. Und der Denktrinn, wir müssen alle Notizen finden. Wir waren übrigens zwischendurch nochmal bei dem Radio Tower, ähm, weil wir falsche Einstellungen hatten. Weswegen, wir da auch noch, ich auch noch die letzte Notiz dort gefunden hab, zufällig, weil ich nochmal unter Wasser geguckt hab, weil da lag noch so ein Koffer und den hatten wir nicht mit eingesammelt. Also, falls sich jemand wundert, warum wir dort schon alle Notizen haben, obwohl wir da nicht nochmal waren in der Folge. Ich glaube, hier soll man eigentlich anfangen. Ich hab bisher keinen einzigen Stein abgekommen, ne? Also, das ist schön. Ich hab schon gerade vier oder sowas. Was kann man eigentlich mit diesen ganzen Überresten machen? Aber hier kann man sich einigermaßen gut verstecken vor dem... Das stimmt. Ja. Ach, du große Palme, ich will die gern pellen. Kannst du aber nicht. Manu. Okay. Nee, hä? Wo geht's denn hier hoch? Die Seilrutsche brauchen irgendwie diese Seilbahn, oder? Wollen wir das erforschen? Haben wir das irgendwo schon erforscht? Nee. Nicht durchwesst du... Also, du... Sollten wir vielleicht im Forschungstisch mal nachschauen, was wir dafür brauchen, um die zu erforschen. Die... Wir haben die noch gar nicht. Hier hinten ist ne... Leute, hier hinten ist der Leiter. Ah. Wo? Also, wir werden die auf jeden Fall auf dieser Insel finden, weil dort hinten ist ein Bereich, da kommt man nur mit Seilrutsche in. Aua. Hä? Wo seid ihr? Oben. Ach, da hinten irgendwo. Ich sehe euch schon wieder nicht. Es wird dunkel. Hier verschwindet die ganze Zeit immer so auf seltsame Art und Weise. Irgendwie... Wir sind über dir. Ich bin nicht mehr hoch. Ja, aber ich such grad einen Weg nach oben, irgendwie. Jetzt ist noch dunkel hier. Hä? Wie soll ich hier hochkommen? Pascal, rechts... Also, wenn du, wenn du... Pascal, hier oben... Hier ist ne lange Leiter. Wenn du jetzt rechts von dir lang gehst, ist doch ne lange Leiter. Ah, hier. Okay. Ist das hier warm? Ich würd von hier... Ich glaub, das hier ist eher der Haupteingang, als das, was wir da gesehen haben. Also, wo wir ran sind. Ne, hier war ich schon. Hier geht's weiter. Genau, und hier braucht man halt Seilbahn. Ja. Oh, Bienen. Ich hab das Netz nicht dabei. Wo sind Bienen? Hier oben. Hey, wo bist du hier oben? Ach, da hinten. Fährst du da jetzt den Namen direkt... Dass die Namen direkt weggehen, wenn die Person fünf Meter entfernt ist. Ne, ich hab das Bienennetz nicht. Oh, ich hab sogar mal essbares Essen gefunden. Uhu. Boing. Äh, warst du hier drin? Ja, scheinbar. Aber hier hinten. Ne Ziege. Und Schmutz. Oh, ich hab zwei Biografien schon gefunden. Nett. Ey, hier ist eine Hängebrücke. Seid ihr über die schon drüber gelaufen? Nö. Wir brauchen ein explosives Pulver hierfür. Oh, 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 oh. Ich hatte zu allen für die Explosion. Ich verstehe nicht. Es war nur ein Test. Was eine Überreaktion. Es wurden meine Tats, wenn Sanjay nicht mir helfen hätte, das Feuer zu holen. Ah, ich könnte mir helfen, Sanjay. Der scheiß Vogel. Ich hasse ihn so sehr. Robi, wo bist du? Auf einem Wohnwagendach und hält Ausschau nach dem Vogel. Da kommt er. Ja, wir seht einfach an euch an. Du bist mit uns jenseits der Zugbrücke? Äh, der Seilbrücke? Jo. Der Eimer nach hier oben. Ah, interessant. Find ich cool. Vorsicht. Was findest du cool? Kann man meditieren. Räucherstäbchen. Kommt ihr rein? Leute. Ja. Hier hinten. Hier hinten. Kommt ihr rein? Drei Teile in der Seilrutsche. They should be forced to share their luxury. Who should force them? That's right. The greatest rafters in this new southern sea. You, take Angaroa. Take back your future. Angaroa? Was soll daten schon wieder sein? Machen wir da nicht schon? Nee. Nee, wir hatten Wasagatan, Balboa Island. The greatest rafters in Galboa ist Caraventown. Hab ich gerade eben gesagt, hörst du mir nicht zu? Das ist Tangaroa wahrscheinlich einer der nächsten Orte. Weil wenn diese Olderf jetzt nach Tangaroa gereist ist. Okay, wollen wir mal einfach hier reinkommen? Jo. Ah, die sind im Scheißvogel. Zum Glück hab ich dieses Lederzeugs an, sonst... Äh. Also wie gesagt, wir müssen irgendwie diese Seilrutschenteile finden, weil sonst kommen wir halt echt nicht weiter. Okay. Ich hab hier noch einen Martyne. The flooding of Jakarta has led to escaping locals creating interk��xed رuze, as they make their way to land. We just make do, said Pucchi Reyes, one of the earlier adopters of these raft towns, when inquired by one of our reporters about their living conditions. Drifting largely on sea currents, Oh, ein bisschen so ein Vogel. Das war irgendein Bericht, während die Überschwemmung hier von der Welt passiert ist. Ich hab einen Biokraftstoff gefunden, ne? Ja. Ich hab auch schon zwei. Llamas Legumes. So yummy. Na jetzt nicht bestimmt nicht mehr. Ich hab Kokosnuss hähnchen. Was, Tötting? Kokosnuss hähnchen. Rezept oder ein Gericht? Nee, Gericht. So, ne vollfertige Axt? Wow, cool. Es braucht eine. Ich auch. War du wahrscheinlich auch, oder? Nee, meine ist noch ein Drittel voll. Hast du gar keine mehr, Hannah? Ja, meine ist voll kaputt gegangen. Meine auch. Und er wurde wieder getroffen. Ich. Ich auch. Achso, stimmt. Der Stadt ist ja neben mir. Er hat uns beide genommen. Oh, der hat einen Pfeil in den Arsch bekommen. Ich würd sagen, wir sind ja fertig, oder? Mhm. Auf dem Plateau. Weiter hier über die Seilbrücke. Wo willst du hin? Einfach gucken, ob's den Eingang gibt. Ja, die Sonne geht auch. Morgen. Rennt hier ein Dodo rum, oder warst du das gerade? Hier rennt auch ein Dodo rum. Ja. Das stimmt, hier rennt irgendwo einer oben. Warum sind hier so viele Steine in ihren Schubladen gelagert? Gemüsesuppe! Oh. Stimmt, das ist wirklich ein Dodo hier. Dodo brauchen wir ja nicht mehr, ne? Hey! Ja! Ein Kein ins Ladegerät. Das ist Dato's Adventure Journal. Paha says we have to go. Ma is getting sicker, and I heard that strange man Olof shouting orders. I saw them rounding up all the hyenas in cages. Sanjay is helping separate the rafts from the rocks. I asked Dr. Henrik about Ma. He looks sick too. Told me to avoid the pigs. And Olof. Sanjay says he's scared. Smart man, Sanjay. Die Schweine, so soll man meiden. Und es sind mehrere Leute krank. Aua. Wir haben, wir sind schon ein bisschen weiter gefahren. Und da haben wir Inseln gefunden mit Schweinen. Die Schweine sahen nicht mehr ganz so gut aus. Könnte sein, dass es damit zusammenhängt, oder? Oh, warum? Die Schweine, die wir gesehen haben, sahen auch nicht so gut aus. Wie bist du überhaupt da hingekommen? Ja, wir kommen hier nicht rüber. Wie muss man den Jump machen? Vogel ist tot. Sehr gut, danke. Schön. Und wie kannst du auch noch nicht oben? Ich habe keinen Jump gemacht. Was hast du denn dann gemacht? Bist du aber durch die Duft gelaufen? Nee. Erstmal muss ich mein Inventar leer machen. Dann kann ich euch helfen. Ohrgeflügelschenkel. Und aus dem Kreischer Kopf. Cool. Ich habe keinen Helm mehr. Gut. Dann habe ich dir jetzt den auf. Ich auch nicht. Nein, guck mal hier. Ich gerade noch. Hier, oder? Kommt ihr hier hoch? Wie soll man hier hochkommen? Ja, warte. Wo bin ich hier hoch? Hier rüber springen geht nicht wegen dem Zaun. Hm? Und hier springen geht nicht wegen dem Zaun, der hier ist. Okay, nein, das Ding nervt dann doch ein bisschen. Weil da habe ich noch irgendwas solch aufessen kann. Wollte nicht so viel Zeug, wenn der mehr die Gemüsesurge kann ich essen. Oh, lecker. Gemüsesurge. Äh, naja, hier. Wo? Hier. Hier bin ich doch. Ja, aber wie? Oh, lol, was? Lol? Wieso, wir haben jetzt gerade 30.000 mal verkackt? Ist so. Okay, ich bin runtergefallen. Hey, John. Ach, Leute. Ja, ihr müsst eh nicht hier hoch, hier ist nix. Ach so. Ähm. Okay, ich habe sie auch verkackt. Wir müssen doch hier rüber. Dann gehen wir da runter? Rechts? Oder? Wollte, worunter seid ihr jetzt gegangen? Ja, also ich würde hier runtergehen. Pascal, schaust du mal in dem Haus, wo du bist? Aua. Auf dem ich draufstehe, oder? Ne, der ist neben dir, aber ja. So. Da ist noch Zeug drin. Na ja, ist mal nicht gedootet. Dann tu das. Okay, mein Inventar ist jetzt soweit voll. Meins hat noch mehr als Platz. Aha. Ich habe einen Glibber bekommen schon. Ja, einen Glibber, den kannst du gerne nehmen von mir. Ich weiß nicht, kannst du immer ein bisschen Zeug ausnehmen, damit ich nicht irgendwas aussammeln, und das dann liegen bleibt? Wo, wär's, wie, wer? Tobi. Ja, hier. Jo, passt das mal. Danke. Jo, hier lang, da rein. Ja, wieder runtergefallen hier. Ich bin auch gerade runtergefallen. Ich habe eine Pumpe gefunden. Oh mein Gott, was ist das? Erdbeer-Colada. Oh. Ich habe noch einen Hinweis gefunden. Äh. Oh, bin ich jetzt gelandet? Pst, bin nur falsch hochgegangen. Ich mag ihn. Tobi, bring mir eine volle Wasserflasche mit. Komm, ich war dann am Hafen auf euch. Mit der Kunde da. Wo ist der Hafen? Wenn du runtergehst, ist der dann da. Also, wir nach unten hinzuhören, oder wie? Ja. Ich weiß aber nicht, ich war, glaube ich, hier oben nicht überall, weil ich zurück bin. Ja, ne, geh ich da mal, ich geh da jetzt mal nach. Ja, okay. Wo gehst du dann? Oben? Ja, ganz oben. Ich geh ganz oben lang. Ja, ich verhofft auch. Alles gut, geh einfach zum Hafen. Ach, hier unten ist der Hafen. Äh, das ist mir jetzt überwirrend hier. Ich checke niemanden mehr, wo wir waren, wo wir nicht, weil die sind alle so gleich aus. Und alle rennen irgendwo, nur noch, ich hab keine Ahnung mehr, wo wir hinwollen. Ähm, warte mal. Äh. So. 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 Okay. Okay. Aber ich würd sagen, das war's erstmal von dieser Folge. Die Insel fertig erkunden und ihre Geheimnisse lüften, werden wir dann in der nächsten. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.